Achso, ob man das bei der Steuererklärung dann verwenden kann. So, ich sehe ein Game. Ja, ich sehe auch eine Unschaltung. Aber sie haben auf Rave Break umgeschaltet. Okay, gut. Oder schlecht. Ich habe mich vorbereitet, klar. Ich habe auch die Notizisten schon auf. Wechsel ich mal gerade auf Rave Break erstmal. Ich gucke mal, ob ich herausfinde, woran es liegt. Für Son. Also, ähm, Rave Break. Bei Blue. Rave Break erinnert so ein bisschen an Tony Hawk. Also, der Runner hat es in seinen Notes beschrieben als Think of it like Tony Hawk with Wave Race 64 with Guns. Es geht hier halt auch darum, möglichst viele Kombos aufzubauen. und so weiter und so fort. Okay, Naked. Gut, gut, dass der ausgepixelt ist, ja. Wollte ich auch gerade sagen. Und dann die jeweiligen, äh, Ziele zu erfüllen. Und, ja. Let's go. Und da sehen wir schon die Objectives. Also, hauptsächlich versuchen wir halt, ähm, möglichst viele Kombos hinzulegen, äh, solange sie von der Story vorgegeben sind. Es gab auch ein Incentive-Wave Race. Ja, ich habe gerade schon geschaut, äh, GoToAweezer-Konzert ist, wurde nämlich gerade im Hauptstream gesagt, ist noch nicht gematcht, und es dauert so circa 15 Minuten, meinte Big Law eben, bis er da hinkommt. Das heißt, diese 15 Minuten haben die jetzt noch Zeit. Schauen wir mal, ob sie da hinkommen. Ja. Okay. Also, wie, wie bei Tony Hawk, wir sehen halt, äh, lauter Einblendungen, was wir da hier machen können. Und, äh, ja, los geht es. Elegante Corkscrew, also Corkscrews wird er hier sehr oft machen. Äh, ja. Wave Break natürlich nicht Wave Race. Ich weiß nicht, wer von uns beiden das gerade falsch gesagt hat. Im Zweifelsfalle ich. Können auch ich gewesen sein, wenn wir ihn nicht ausschließen. Also, es ist halt eine Mischung aus Wave Race, ja, diesmal wirklich Wave Race, Tony Hawk und, äh, ja, irgendwie sollen die noch Kanonen mit im Spiel sind. Also, wir sehen, es hat von Tony Hawk so diese, dieses, äh, ja, dieses, äh, du führst Tricks auf der Karte aus Attitüde. Und, ja, Wave Race, wir sehen, was wir hier steuern. Wo da jetzt noch die Kanonen mit ins Spiel kommen, ja, mal sehen. Und, ja, äh, ich hab Autorennspielen mit Zügen gesehen, mich macht nix mehr Kirre. Viertel ist definitiv Tony Hawk's Pro Skater, ja. Also, im Prinzip, wir machen hier verschiedene Ziele, müssen halt das Minimum an Zielen erfüllen, um halt weiterzukommen. Und, es geht weiter, äh, mit Hightight Hotel. Und wir können das Boot auch upgraden und das werden wir vermutlich nach dem High Tide Hotel machen. Also nach dem Hotel der Hohentite von Ebbe und Flut und so. Juicy Whiners, also diese Hot Dogs, Kombo Start und wie gesagt, er macht immer diese Cockscrews, das ist halt die schnellste Fortbewegungsart und Weise. Und er macht jetzt den Kombo voll. Kombo Breaker und E steht für Excellent, keine Ahnung. Ja, es läuft auch noch ein Timer, aber das ist für den Run irrelevant, der wird da keine Probleme haben. Ah, okay, wir müssen jetzt Break voll machen. Gibt auch ein bisschen Geheim Level. Grinden hoch, grinden die Pflanze entlang. Mikro Tape auch sammeln. Elegante Landung. Wir haben das Break voll. Man kann auch schießen. Wie gesagt, Tornigox Pro Skater kombiniert mit Wave Race kombiniert mit Guns. So, eigentlich müsste er jetzt die Stadts, also seinen Boot ein bisschen upgraden. Tatsächlich sogar ein Game aus dem letzten Jahr. Sehr interessant, hätte ich jetzt nicht erwartet. So, er geht zurück ins Main-Menü. Das heißt also, er wird jetzt wahrscheinlich upgraden. Ja, äh, wir verstärken Jump, Speed und so, weil wir das für die letzten Stages brauchen. Äh, wir können da nur, können halt in Polar Petroleum, ähm, gibt es einen Sprung, den wir nur dann schaffen, wenn wir unsere Stats abgegradet haben. Und, äh, keine Sorge, die Level sind nicht immer so Tony Hawk's Pro Skater-lastig. Es wird noch später ein Level kommen, wo es ein paar andere Missionen gibt. Wir werden können gar keine Motorboote fahren, die hat ein total unrealistisches Game. Ich meine, es hat eine coole Atmosphäre, so leicht neonartig, hätte ich, so 80er Jahre Flair. Ich weiß jetzt nicht, wie die Musik ist, aber ich vermute mal Synth-Flair, also Synth-Musik. Ich bin der Mann, der steht jetzt zum Loyalty. Ich vermute, er versucht irgendwie, äh, zu diesem Hay zu kommen, und da braucht er ein gewisses Speed, um Höhe zu gewinnen. Das hat jetzt eben nicht auf Anhieb funktioniert, jetzt hat er es nochmal probiert. Ich finde es einfach gut, dass, wenn er auf dem Boot draufsteht, er immer noch zensiert ist, immer noch rausgepixelt wird, ja. Aber das nimmt sich Liebe zum Detail. Wir haben das Cache gefunden, äh, da ist die Secret Tape. Wir müssten noch Combo, glaube ich, vollkriegen. Und ich weiß jetzt nicht, ob er auch schon Break hat, ansonsten... Ich sammelt er gerade, hm? Ich sammelt er gerade, Break. Okay. B und A hat er. Drei Buchstaben braucht er noch. Ich liebe das. Ja, just make no way up to the top of this, äh, this oil rig I clean. I unfortunately just not pull off the grab, fast... ...und die Mucke als Mix aus Synthesoul und Pop-Web schreiben. Okay, danke dir. Der Wheezy-Mode-Run wurde sie eben gematcht. Wurde eben im Mainstream eingeblendet. Und wir haben das nächste Stage unlockt. Damit sind wir jetzt bei der Mitte durch. Äh, das müsste jetzt Polar Petroleum. Nee, Cartoon Canyon müsste das jetzt werden. Äh, Möb... Ultraman Ball kam irgendwie nicht dran. Keine Ahnung, ob das jetzt ausfällt, ob das auf später verschoben wurde. Wir werden es sehen. Äh, Matamon zu 18% voll. 5.498 Dollar von 30.000 Dollar sind erreicht bei der Challenge. So, hier müssen wir halt diese Diamanten einsammeln. Und natürlich Kombo und so aussammeln. Ein Boot, das auf Schienen fährt. Aber okay, das Spiel hat einen Bären, der ein Boot fährt. Insofern, ja. Matamon, es kann sein, dass sie das, dass das halt erst gegen Ende akut wird. Und bis zu dem Run ist es ja noch ein bisschen was hin. Und man sieht ja, es tut sich da noch was. Rake, sammeln wir jetzt auf. Immer schön diese Kockensier-Sprünge. Es wird als eine Mischung aus Tony Hawk's Pro Skater, Wave Race und dazu noch Kanonen beschrieben. Das ist für den PC erschienen. Tiger meinte, es ist letztes Jahr herausgekommen. Ja, zumindest da. 2021 Release Dead. Okay. Jetzt hat er das Break. Ja, Barrels, Corkscrew-Saults, keine Ahnung. Also in den Notes steht halt, dass er bevorzugt dieser Corkscrew macht. Also wenn das Spiel unter zwei Euro kostet, kann man es sich kaufen. Hat irgendjemand zufälligerweise Steam offen? Ich guck mal. Google Stadia 23.01.2020 war wohl mal ein Exklusivtitel. Ja, man beileid. Google Stadia, Flop überhaupt. So, wir sind jetzt in Quad City. Und dieses Mal sind die Missionen anders. Wir haben drei Missionen, drei Storygirls, die erfüllen müssen. Wir müssen die Crew zusammensammeln. Der wäre halt durch Quad City Rennen. halt unsere Cork-Deal-Leute, um einen Überfall auf das Diamond Casino zu 16,79 Euro. Was geht eigentlich? Um das Diamond Casino zu überfallen. Wir müssen die Crew beschützen, weil hier sind überall Polizisten, die wir natürlich ausschalten müssen. Jedenfalls nachdem wir halt diesen Haste, diesen Überfall, diesen Raubzug halt vollzogen haben. Das kann insofern ein bisschen schwierig werden, da die KI, die Cops, ein bisschen sehr stark über die Karte verstreut sind. Wird der Challenge werden, aber ist möglich. Und dann müssen wir zum Helikopter und dort einen Lipgrab durchführen, um zu entkommen. Und sobald wir das geschafft haben, ist dann Time, wenn der Bildschirm schwarz wird. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir haben jetzt das nächste Crew mitgesammelt. Und haben das Casino überfallen. Und wir sehen Protect the Crew. Und hier kommt wieder die Kanone zum Einsatz, weil wir die Polizisten mit bleihaltiger Nahrung davon überzeugen müssen, es wäre vielleicht ein Gedankenwert, so den einen oder anderen auf eine Verfolgungsjagd zu verzichten. Immer gut für die Versorgung der Leute bedacht mit blauem Bohnen. Ja. Bei Google Stadia brauchen wir keine Worte zu verlieren, was das für ein Flop war. Und insofern, dass es dann halt auch noch auf anderen Plattformen erschienen ist, ist auch nur gut für mich. Also ist auch nur gut. Wir sehen übrigens unten rechts die aktuelle Waffe, die wir haben, die Pistole und wie viel Munition wir haben. Wir können die Waffe jederzeit nachladen. Und wir haben halt noch 96 Schuss. Protect the Crew. Wir haben zwei von vier Crewmitgliedern beschützt. Akiko, werde ich nach dem Run beantworten. Und damit haben wir diese Mission absolviert. Und als nächstes müsste der Heli kommen. Ja, da ist der Heli. Die Aftpipe rauf. Mit Schwung entlanggrinden. Mal Schwung holen. Zielen. Und... Lipgrab. Mission accomplished. 14, 7, 3. Ah, das war ein netter Run. Das war ein netter Run. Thanks for playing. Hi, Blue. Hi. Ähm. War ein interessanter Run. Oh, okay. Weil das wurde ja gematcht. Dann, dann bin ich nur mal ruhig. Hey, Fenaro, ich nutze noch ICQ. Wenn auch nur für zwei Leute. Und ja, ich bin altmodisch. Verklag mich. Okay. Heutzutage noch ICQ verwendet. Ja. Auf und an. Für ein paar Leute nutze ich es noch. Auch wenn es natürlich bessere Messenger gibt. Wow, Fenaro. Nee, Ziff ist nicht altmodisch. Er ist modisch zu viel. Oh, 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 oh. Also Skype kann man auch heutzutage noch verwenden durchaus. Ich nutze auch noch Skype, weil es gibt nicht jeder ist auf Discord unterwegs. Oder nutzt ein Handy. Fruchtpirat, Ausrufezeichen Schedule. Danke, Murmanius. So, wir sehen, dass es gerade abgerechnet wird. Und es geht zur Weezer-Mission. Fenaro, vielen herzlichen Dank für den Prime Sub. Und den Re-Sub. Einfach nur für Next Game of Civilization. Rummel. Vielen herzlichen Dank. So, Weezer-Mode. Ist ein Custom-Level mit einem Weezer-Konzert, wo wir halt vier Goals haben. Wir müssen eine 100.000-Point-Combo hinkriegen. Wir müssen alle Alben finden. Wir müssen Weezer-Buchstabieren. Und wir müssen die versteckte Münze finden. Und los geht es. Wir sammeln als erstes Weezer auf. Ja, wobei wir jetzt auch gerade die Münze geholt haben. Also, ich denke, er versucht zu viele Ziele gleichzeitig zu erfüllen. Ich muss aber sagen, Musik ist echt nicht schlecht. Ich denke schon, dass es das Weezer ist. Ich habe versucht, das Z auszusammeln. Ja, hat es geschafft. No Slide. Weezer-Konzert. Äh. Weezer komplett. Womit noch die Alben und die Combo fehlen. Uh, nice Jump. Hat ihn auch gelandet. Also, zwei von sechs Alben haben wir jetzt. Absolut kein Blast und Dunst, Matheimon. Drei Alben haben wir jetzt. Hier. Nein, der Sprung hat auch bei mir gelegt. Und da sehen wir jetzt, dass er die Combo hinlegt. Er hat die Combo. Wird nur noch drei Alben fehlen. Und dann sind wir finished. Noch ein Album. Und das Stage ist kompliziert. Und das sollten, glaube ich, Weezer darstellen. Diese Glaskugelfiguren. Okay. Also, hier ist die, uh... Das ist definitiv wie die Malmöhrer ist. Ich swear. Ja, das ist Weezer. Obviamente. Es ist Weezer. Also, wenn du an einen Weezer-Konzert und du hübschst, einfach nach dem Spielraum-Stag. Und, uh... Du hast einen Jell-Ein-Acht-Chicken. Ja, Stage-Chicken. Also, go zu your Weezer-Konzert und be naked. Das wird die Weezer-Konzert. Support your local Weezer-Konzert. Support your local Weezer-Konzert. Sorry. Oh, Mann. Time's up. Any what you want. Das ist ein verrücktes Game. Hi, Tamara. Long-Time-Watcher. First-Time-Kommentator. Greetings from Results-Sofa. Ja, kommt hin. Greetings zurück. Ja. Ich bring ein paar Informationen mit. Zum einen, wir wurden wirklich im Mainstream gegrüßt durch die Spende von... Warte, ich hab's mir aufgeschrieben, von wem wir gegrüßt... Wissen Spende, wir gegrüßt waren. Von Voldo, der gespendet hatte. Deswegen wurden wir darüber gegrüßt. Outmear, was wir... Ebenfalls den Run Outmear, den wir vor jetzt 20 Minuten gesehen hatten, hat wirklich ein WR gemacht. Oh. Damit ein weiterer WR in der Liste. Und ich weiß, warum der Run geskippt wurde. Der Runner hat verschlafen. dass die Bistb32-Bist sind in der ndehtt, bis die Bistb32-Bist Hola. Ich weiß, dass die Bistb32-Bist geht dem Dragonц her. Und ich weiß, wie in der Sahote hat,